Hey, das ist so, was ich mal im Kino macht, als wenn ich mal im Haftekon fahre. So viel Gefühl. Ey, das ist krasses Training, ne, Philipp? Sie geht kaputt. Ja. Nein. Halt euch nämlich diese Zeilenstramzen in den Arsch. Dann macht's aber immer nach Hause. Nein. Geil, Hintergrundmusik. Oh ja, du bist so begabt. Alter. Weil du nervst richtig. Ich hab mich schon dran gewöhnt. Hallo. Wo hast du? Oh Gott. Oh Gott, man sieht nichts, sie ist so locker. Oh, es geht ja wirklich irgendwann runter. Hallo, Hund. Du darfst dich nicht auf die Kante setzen. Mal noch Bescheid. Echt? Bei Skype. Ah, hab ich den PC nicht ausgemacht. Deine Mutter ist so... Oha. Du bist noch schon breiter. Ist das so ein Diener wie gestern? Ja, mit Nashern. Ja. 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 Das magst du nicht immer. Okay, einfach schmieren. Wo ist das denn überall? Oben. Da. Ja. 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 Und jetzt Sie. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Warum hast du da reingesprungen? Bis zum nächsten Mal. Ich bin eine geile Lesbe. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Nein, nein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.